Hallo und herzlich willkommen zum Call of Donnerstag, euer frisches COD-Kommentary jeden Donnerstag neu mit brandaktuellen Themen. Und da wir die letzten Wochen so brandaktuell waren, gehe ich heute mal ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Ein Thema, was ich schon die ganze Zeit bringen wollte, nämlich ist EA der Teufel? Heute gibt es darauf Antworten und vor allem interessiert mich, was ihr dazu denkt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, kurz ein paar Worte zum Gameplay. Ich spiele hier auf Express mit der SCAR, Aufsätze habe ich drauf, Doppelmagazin. Vollmantelgeschoss und Schaft. Und Extras waren blinde Überwacher, fest verdrahtet und was war es noch? Blünder oder sowas in die Richtung. Und dann hatte ich noch eine Small dabei. Wie auch immer, zurück zum Thema, worum geht es da eigentlich? Ist EA der Teufel? EA wurde vor ein paar Wochen wieder einmal zum schlechtesten Unternehmen in Amerika gewählt. Zum zweiten Mal übrigens in Folge haben sie sich diesen Titel abgeholt. Und wirklich, also ich habe das mit einem gewissen Schmunzeln hingenommen, das Ganze. Und was mich dann eigentlich ein bisschen erbost hat, war dann wiederum die Aussage von COO Peter Moore von EA, der hier einen offenen Brief verfasst hat. Und den lese ich euch jetzt mal vor. Nicht den kompletten Brief, aber einfach mal ein paar Auszüge daraus. Das Ganze ist auf Englisch. Ich werde es danach kurz euch ins Deutsche transportieren, wer das Ganze nicht versteht. So, was uns der liebe Peter Moore damit sagen will ist, Hey, natürlich, wir haben ein schlechtes Spiel entwickelt, in dem Fall SimCity. Und das ist natürlich viel schlimmer, meint er natürlich sarkastisch, als irgendwie, ja, die Umwelt mit Ölkatastrophen zu verpesten und sonst was. Da muss ich sagen, lieber Peter Moore, was ist denn das bitte für ein Totschlag-Argument? Willst du uns jetzt andere Unternehmen aufzählen, die nur noch viel schlimmer als EA sind? Es ist nun mal so, dass beispielsweise Robben schlechter mag niemand. Und ich glaube, jeder würde seine Unterschrift runtersetzen, wenn man sagen würde, hey, das sind Arschlöcher, lasst uns die zum Kack-Unternehmen wählen. Aber EA hat eine viel größere Reichweite. Ihr habt Millionen Kunden weltweit und auch in Amerika. Und die Anti-Robben schlechter Lobby beispielsweise oder die Anti-Öl-Versäuchungs-Lobby, wie auch immer, oder Aktivisten, die sind halt nicht so vielzählig. Und wenn das eine Internet-Abstimmung ist, wo jeder daran teilnehmen kann in Amerika, dann ist es ja wohl klar, dass die Leute das wählen, was sie am direktesten betrifft. Da ich jetzt täglich nicht so viel mit geschlachteten Robben-Babys zu tun habe, ist es ja wohl naheliegend, dass, wenn ihr ein scheiß Spiel rausbringt, ein scheiß Support, und dann noch so Sachen sagt wie Deal-Wiffelt, dass es die ersten zwei Wochen nicht funktioniert, das Spiel, wie beispielsweise SimCity, dass man dann erböst ist und dann natürlich zu Recht dieses Unternehmen wählt. Also es ist nicht damit abgetan, einfach zu sagen, hey, das ist schlechter und dieses schlechter. Das geht sowieso nicht. Man kann ja nicht objektiv bemessen, was ist wirklich das schlechteste Unternehmen. Man sollte sich stattdessen mal an die eigene Nase fassen und sich überlegen, irgendwas ist da doch schiefgelaufen. Wer zum zweiten Mal in Folge für diesen Preis nominiert sind und das Ding dann auch noch mit Ach und Krach, mit Weitvorsprung gewinnen. Aber auf diesen Gedanken kommt der liebe Peter Moore natürlich nicht. Ja, der ganze Brief geht ja noch in diesem sarkastischen Unterton weiter und heult da ein bisschen rum. Direkt anbietend und widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, dieser Wahl. Interessant ist dann noch, was wiederum das Verbraucherportal The Consumerist zu diesem Statement von Peter Moore wiederum sagt. Ich lese euch das mal vor. Sie sagen folgendes. Nur um das klarzustellen, der Sinn dieses Wettbewerbs seit acht Jahren ist es, den Verbrauchern zu ermöglichen, eine Nachricht an ein Unternehmen zu senden, das ihm Waren und Dienstleistungen anbietet. Der Sieg in diesem Wettbewerb bedeutet, dass ihre Kunden versuchen, ihnen etwas zu sagen. Und zwar, dass sie als Unternehmen die Trophäe in Form eines Codhaufens am meisten verdienen. Und da setze ich direkt meine Unterschrift runter, genau so ist es. EA hat sich nun mal richtige Scheiße erlaubt oder beispielsweise, wir brauchen jetzt gar nicht mehr auf Sims gehen. Schauen wir uns Dead Space 3 an, der zahlt mal 60 Euro, kriegt ein Spiel und kriegt dann einen Arsch voll an DLCs. Habt ihr am ersten Tag mal in den PSN-Store oder auf dem Marktplatz bei Xbox Live geschaut? Was ist, wie wir zugeschissen worden sind mit Download-Content, der eigentlich so ins Spiel hätte reingehört? Ich könnte mich jetzt noch ewig aufregen, das Gameplay nähert sich jetzt auch dem Ende. Eure Meinung zu EA würde mich mal interessieren. Sie bringen natürlich auch noch gute Spiele raus und publischen gute Spiele, aber in letzter Zeit machen sie wirklich fast nur schlechte Neuigkeiten und haben damit diesen Preis vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach, verdient. Was sagt ihr zu Peter Moore, zu EA allgemein und vor allem zu ihrer Stellungnahme, zu ihrem Preis, den sie zu Recht verdient haben? Würde mich mal interessieren. Hau da rein. Und Stopp, ein was habe ich noch? Hätte ich fast vergessen. Ihr habt jetzt natürlich die Call of the Ghosts-Tarnung gesehen. Wer wissen will, wie man die bekommt, der schaut sich einfach die Folge von letzter Woche an. So, das war es jetzt auch wirklich. Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Haut rein.